Der Autozug Sylt teilte am Mittwoch mit, dass ab sofort pünktlich zur Sommersaison für ausgewählte Zugverbindungen mit fester Zugbindung Sparpreistickets angeboten werden. Die Sparpreisfahrkarten können inklusive einer Reservierung nur online gebucht werden. Das Angebot gilt ausschließlich für Pkw bis maximal 2,70 Meter Höhe, 6 Meter Länge und 3 Tonnen Gewicht, solange der Vorrat reicht. Die Preise können variieren und werden monatlich aktualisiert. Alle anderen Fahrkarten zum Normalpreis gibt es weiter wie gewohnt an den Abfertigungsspuren in Nibel und in Westerland zu kaufen.